Ich war glücklich hier, wenn Sie tun. Ich gebe aber zu, dass ich noch nie hier war. Das war aber das letzte Mal, dass ich noch nie hier war. Und ich war wirklich sehr beeindruckt, muss ich sagen, ich war jetzt eine Viertelstunde zu spät. Beeindruckt. Das ist ja wirklich ein Jubel hier. Nun gut, ich darf ja ein bisschen was über die Bären erzählen. Vielen Dank und ich freue mich, dass Sie heute Morgen gekommen sind. Und welch Zufall und was für ein Tag jedenfalls für mich oder für uns, für die Galinale, denn genau im Anschluss an diese Veranstaltung fahre ich zum Potsdamer Platz, wo ich Claude Lanzmann begrüße mit seinem letzten großen Dokumentar. Denken Sie an den Kult um den Eisbären Knut. Am Ende war der Bären tot. Und denken Sie an die ultimative Jagd. Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020